In dieser Lesson möchte ich dir gerne etwas zur Haltung von der Gitarre erklären. Die Gitarre nimmst du mit dieser Aussparung auf deinen rechten Schoß bzw. auf dein rechtes Bein. Die rechte Hand legst du von oben kommend über den Korpus, sodass sich dann deine rechte Hand hier über dem Schallhoch befindet. So hast du eine gute Kontrolle über das Instrument und das Instrument kann dir nicht wirklich wegrutschen. Die linke Hand greift den Gitarrenhals hier oben und du sitzt möglichst gerade auf deinem Stuhl oder Hocker. Es gibt eine Möglichkeit, das rechte Bein auf ein sogenanntes Fußbänkchen zu stellen. Das hat den großen Vorteil, dass dein rechtes Bein etwas nach oben kommt, dadurch sich die Gitarre im Winkel etwas verändert und du noch mehr Kontrolle über das Instrument hast. Wenn du kein Fußbänkchen zur Hand hast, kannst du auch ein paar Bücher nehmen oder einen kleinen Hocker. Wichtig ist nur, dass das Fußbänkchen oder deine Bücher, dein Hocker nicht zu hoch ist, dass es unbequem wird. Wichtig ist nur, dass das Fußbänkchen zu hoch ist, dass das Fußbänkchen zu hoch ist, dass das Fußbänkchen zu hoch ist.